In der Hoyerswerder Stadtbibliothek ist eine neue Ausstellung zu sehen. Auf großen Schautafeln wird das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft vorgestellt. Dabei wird auf die großartige Natur eingegangen, aber vor allem die Akteure vor Ort gezeigt. Der Schäfer, Imker, Bauer oder Förster, sie alle prägen das Bild dieser Landschaft. Die Schau ist bis zum 6. Juli zu sehen.